Yo Leute, mein Name ist Lenny Stahl, ich bin Moderator auf Kiefer Games und wir haben die Kanalmitgliedschaft bekommen. Halli, hallo, hallöchen liebe Bananas, es ist endlich soweit. Die Kanalmitgliedschaft ist da und ich habe sie auch direkt freigeschaltet. Ich habe versucht, da so ein paar Sachen einzustellen. Ich kenne mich da zwar überhaupt gar nicht mit aus. Ja, fangen wir mal so an. Ich kenne mich überhaupt gar nicht damit aus. Mein Ziel ist es da auf jeden Fall, dass ihr da eigene Icons bekommt, dass ihr da so Icons bekommt vor euren Namen, dass ihr grün angezeigt wird etc. Ihr kennt es wahrscheinlich alle besser als ich aus den anderen Streams oder so, was ihr da noch verfolgt. Dementsprechend, ja, ich wollte euch einfach nur darauf aufmerksam machen, dass wir es jetzt bekommen haben. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Dann geht da raus an YouTube, die das Ganze nämlich hier ermöglichen, dass wir sowas bekommen. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wer unser erstes Mitglied sein wird. Ich bin mal gespannt, wer nachher das Mitglied sein wird, wer welches am längsten dabei ist etc. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Es gibt, wie gesagt, so extra Staffelungen, wo ihr dann so extra Icons bekommt, sprich für die jeweiligen Monate etc. Das Ganze muss ich aber halt eben noch einstellen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf und dann schauen wir, wo das Ganze hinführt. Ansonsten, Leute, bleibt eigentlich nicht viel zu sagen dazu. Kanalmitgliedschaft, wie gesagt, kennt ihr. Specials, sowas wie zum Beispiel jetzt, dass ich einen Mitglieder-Stream mache. Weiß ich nicht, ob das vielleicht mal vorkommt. Muss ich mal schauen. Ich denke eher nicht. Ansonsten, wenn ihr euch natürlich dazu entschließt, dass ihr kein Kanalmitglied werden wollt, dann wird sich natürlich für euch auch nichts verändern. Also, ganz normal, alles wie gehabt. Das heißt, ihr bekommt die Kanalmitgliedschaft, wenn das jetzt schon freigeschaltet ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon freigeschaltet ist. Dann seht ihr da wahrscheinlich die Logos und so und die Emojis. Das Ganze werde ich natürlich jetzt noch über die nächsten Tage optimieren. Sprich, es kann nur noch geupgradet werden, nicht mehr gedowncreated. Sondern ich werde da versuchen, dass ihr da auch wirklich coole Sachen für bekommt. Und ja, ich habe die Tarte auch, glaube ich, mal mit reingemacht als Eigen. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Ich glaube, ihr könnt einfach nur da draufklicken, dann seht ihr. Das Ganze wird euch da angezeigt. Ansonsten, ja, gibt es nicht viel zu sagen, Leute. Ich würde mich freuen. Heute Abend mache ich mal einen kleinen Late-Night-Stream. Das Ganze geht, glaube ich, um 22.30 Uhr los. Also um 22.30 Uhr beginnt der Late-Night-Stream. Vielleicht habt ihr ja Bock, dabei zu sein. Wenn nicht, dann nicht. Vielleicht seid ihr schon schlafen. Ich weiß es nicht. Ist jetzt endlich Wochenende. Hier geht mir auf jeden Fall schon eine Fledermaus hier auf die Bananenüsse. Dann würde ich sagen, hau ich auch schnell ab, bevor ihr uns hier noch 10.000 Mal ins Bild springt. Und ja, ich verabschiede mich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns heute Abend sehen im Stream. Und in diesem Sinne, Leute, ich bin raus. Macht's gut. Haut rein. Und ciao. Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh. Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh-Buh.